eins von zwei auf gut deutsch wird sogar noch einen zweiten teil davon geben dass wir schraten und da stand es nicht drin sehr sass gut vom ersten brecher video gehen wir direkt ins zweite heute werden die dicken videos angeschaut und zwar schauen wir uns das neue video von simplicissimus an und zwar haben polizisten diesen mann ermordet also ich muss sagen ich habe mir immer so ein bisschen raus dass ich mir im stream gerne angucken will und welche videos mich interessiert und ist das feedback unter dem video ist geisteskrank ist geistesgegenwärtig deswegen bin ich sehr sehr gespannt 25 minuten action wer noch nichts zu essen hat holt sich was ihn rein ich bin jetzt auf dem hof des polizeirovier dessau am hinteren eingang zum abgang in die arreste ich begebe mich jetzt in den keller in dem sich ein transafrikanischer bürger in einer arrestzelle angezündet hat wir befinden uns jetzt in dem arrestzellentrakt gleich die erste zelle rechts wurde durch den das hat sich mitbekommen der tod in dieser zelle des polizeireviers dessau liegt heißt uri jalo am 7 januar 2005 werden seine überreste aufgefunden er ist okay das dann war das nicht das was ich im kopf hatte okay da war ich erst vier das das war auf jeden fall nicht das aber gut verbrannt die polizei dessau sagt uri jalo habe sich selbst angezündet aber wie angehörige menschenrechtler und aktivisten sagen uri jalo wurde ermordet von polizeibeamt es folgen jahrelange ermittlungen zwei gerichtsprozesse etliche untersuchungen und gutachten klagen vor dem bundes und sogar dem europäischen gerichtshof ohne vernünftiges ergebnis beweismittel sind verschwunden polizisten widersprechen sich vor gericht scheinen sich gegenseitig zu schützen der deutsche rechtsstaat scheint machtlos und wenig interessiert an aufklärung all dem steht eine politische und kulturelle bewegung gegenüber die seit 19 jahren um aufklärung kämpft ich habe noch nie von einer person gehört die gefesselt an armen und beinen verbann ist wie auch wie soll das passiert sein woher soll er dieses feuerzeug gehabt haben und wenn er gefesselt war wie es gibt halt für mich effektiv wenig sind statt jetzt aber ich muss ja also wir werden ja jetzt theoretisch wahrscheinlich viele fakten und so hören also was ist halt krank 2016 haben wir in einem unserer ersten videos auf diesem kanal den feuertod von urialo behandelt der fall hat sich wie kaum ein anderer in unser gedächtnis eingebrannt er lässt uns einfach nicht los fast zwei dekaden nach jalos tod ist immer noch weitgehend unklar was wirklich an jenem morgen in dessau passiert ist zeit sich den fall noch einmal ganz genau anzuschauen h richtiger richtiger film einfach krass 1 von 2 auf gutdeutsch wird sogar noch einen zweiten teil davon geben what the fuck ja mann leute checkt finanzguru ab supportet genau solche projekte supported simplicissimus ey ich sag's euch ehrlich dafür nehm ich jede jede werbung in kauf außer für coinmaster weil äh coinmaster ist äh ehrenlos bin ich ehrlich supported außerdem finanzguru ist ne geile app nutze ich selber props gehen raus umfangreichen überblick über eure eigenen finanzen ihr könnt kinderleicht all eure konten einbinden und habt die kontostände und buchungen fortan übersichtlich an einem ort egal ob girokonto kreditkarte oder krypto ist ein konto einmal verbunden zeigt die app automatisch und übersichtlich all deine verträge an die kannst du über die app mit nur wenigen klicks rechtssicher kündigen finanzguru ist sehr elegant übersichtlich und bleibt dauerhaft kostenlos wenn du zusätzliche features wie unlimitierte analysen deiner ausgaben monatliche budgets und intelligente prognosen nutzen willst kannst du aber auch finanzguru plus ausprobieren mit dem code simply 3 könnt ihr bis zum sechsten zweiten finanzguru plus drei monate kostenlos testen über den link in der beschreibung könnt ihr euch die app runterladen und unseren code im reiter mehr einlösen so könnt ihr mit einem sauberen finanzüberblick ins neue jahr starten jawohl uriallo ist ende der 1960er in sierra leone aufgewachsen er kam nach ausbruch des bürgerkriegs über guinea nach deutschland sein asylantrag wurde abgelehnt er wurde aber geduldet er hatte einen zweijährigen sohn lebte getrennt von der mutter freunde beschrieben ihn als fröhlichen menschen er lebte in dessau einer stadt in sachsen-anhalt mit rund 80.000 einwohnern warum ist er gestorben ok ah jetzt werden die versionen theoretisch gegenübergestellt und wahrscheinlich dann ein fazit dazu gesetzt so kann ich mir halt gut vorstellen kurz nach acht uhr morgens klingelt das telefon im polizeirevier dessau beate h ist heute streifeneinsatzführerin sie geht ran eine frau der stadtreinigung sagt sie und ihre kolleginnen werden belästigt die polizei solle kommen beate h ruft die streifenpolizisten hans ulrich m und udo s an sie sagt dass vier frauen von der stadtreinigung durch einen ausländer belästigt werden massiv sogar er versuche sie anzutatschen die beiden streifenpolizisten hans ulrich m und udo s treffen ein uri jallo steht circa 10 bis 20 meter von den frauen entfernt an einer wand lehnend er war scheinbar feiern und ist betrunken sie wollen seinen pass sehen jallo weigert sich sie legen ihn in handschellen und setzen ihn ins auto auf dem revier wollen sie seine identität klären die beiden streifenpolizisten bringen den gefesselten jallo in den arztraum des reviers der befindet sich im keller dort tasten sie ihn ab und durchsuchen seine taschen jallo wehrt sich schlägt seinen kopf auf die tischplatte und gegen die wand in seinen taschen finden sie ein duldungspapier es wurde häufiger geknickt das geburtsjahr ist nicht erkennbar die polizisten beschließen ihn bis zur feststellung seiner identität in gewahrsam zu lassen ich bin gerade einfach einfach sprachlos ich finde ich guck's mir gerade mit so ich möchte es am liebsten gerade gar nicht unterbrechen ich weiß reaction technisch macht das wenig sinn aber ich finde es so ich finde es so geil gemacht bis jetzt dass ich wills effektiv aktuell nicht unterbrechen es tut mir leid aber krass der animation alles dr b nimmt jallo blut ab jallo wehrt sich erneut die männer fixieren ihn auf der liege der arzt entnimmt ihm blut 2,98 promille das ist extrem viel alter vater schlusslos werden oder ins koma fallen ein weiterer polizist kommt hinzu zu dritt bringen sie jallo in die zelle nummer fünf seine hände und füße werden angekettet weil sie befürchten dass er sich verletzen könnte die drei polizisten verlassen die zelle schließen die tür und lassen jallo allein udo s und hans ulrich m erledigen noch etwas papierkram und gehen danach wieder auf streife der dienstgruppenleiter andreas s und stellvertreterin beate h werden von einem kollegen informiert dass jemand in zelle fünf fixiert ist beate h schaltet die gegensprechanlage an um ihn zu bewachen es gibt keine video überwachung uri jallo sagt mehrfach dass er los gemacht werden will sie antwortet er solle sich beruhigen okay ich effektiv was halt immer noch in meinem kopf hängt so wenn wir jetzt einfach mal nach der sicht gehen ich setze mich hier auf keine seite ich werde generell auf keine keine richtung beziehen da bin ich nicht wer bin ich dass ich es darf wie sollte der an dieses feuerzeug kommen der wurde ja sogar durchsucht beate h hört ein klappern über die gegensprechanlage sie geht von einer zellenkontrolle aus und denkt sich nichts dabei kurze zeit später führt beate h mit ihrem kollegen sch eine zellenkontrolle durch jallo ist mittlerweile ruhig sie schließen die tür und gehen wieder nach oben über die gegensprechanlage hört beate h uri jallo erneut rufen er wolle losgemacht werden Andreas s möchte telefonieren er stellt den ton leise beate h hört ein rauschen und plätschern danach einen grellen piepston feueralarm Andreas what the fuck aber was ich auch ganz weird finde man denkt die hatten dann nur diesen einen in gewahrsam und der muss so dauerhaft überwacht werden oder wird es bei so leuten gemacht die halt so stark alkoholisiert sind okay das ist halt schon ewig her so aber trotzdem das stelle ich mir so vor warum warum wurde da dauerhaft so nach dem gehört so ergibt ja irgendwo sinn dass man das macht aber man denkt da lag nur so eine person drin rss hält ihn für einen fehl alarm und drückt ihn weg jallo ruft um hilfe der feuer alarm geht erneut los über die gegensprechanlage ist das geräusch von lodernden flammen zu hören beate h sagt zu ihrem chef nun geh endlich bewegt ich mal die letzten worte die beate h angeblich von uri jallo hörte waren mach mich los feuer andreas s begibt sich in den keller und öffnet zelle nummer fünf es brennt heftig überall ist schwarzer rauch beate h ruft die feuerwehr wir brauchen mal ein bar hier und zwar notab für den der irgendwie wahrsam ist also wir haben hier sowas wie ein ich weiß es nicht meine kollegien sind alle unten es kommt auch schwarzen als die feuerwehr ankommt what the fuck chilliger notruf ey aber lasst euch zeit und bringen mir doch noch was päckchen kippen von der tanke mit okay danke für nix die matratze ist zu asche verbrannt der körper bis in tiefe hautschichten verkohlt nach dem brand ermittelt die kriminalpolizei stendal das ist ein ort in der nähe von dessau obwohl es üblich wäre wird kein brandexperte hinzugezogen die tatortgruppe fegt den brandschutz zusammen darin finden sie später ein feuerzeug zeugen werden vernommen beweismittel sichergestellt ein videograf des lka ist vor ort um die spurensicherung zu dokumentieren bereits zu diesem zeitpunkt steht für die polizei fest dass jalo sich selbst angezündet haben muss gleich die erste zelle rechts wurde durch den schwarzafrikaner bewegt und ja hat er sich auch angezündet er wird wohl die feuerfeste matratze aufgerissen und den brennbaren matratzenschaum angezündet haben mit einem feuerzeug das bei seiner durchsuchung wohl übersehen wurde alter ja und wie hätte der wenn er angekettet ist mal so ganz dumm wie hätte er diese matratze aufreißen sollen ok verstehe mit viel wucht kriegst du es mit zwei händen vielleicht hin und deinen zähnen vielleicht aber doch nicht mit einer hand wenn die fest gekettet ist guck mal ich schaffe es ja ich schaff gefühlt wenn die hand hier fest gekettet ist schaffe ich hier gefühlt gar nichts mit dieser mit einer hand das während er an und füßen gefesselt war die gliedmaßen gespreizt er wollte wohl auf sich aufmerksam machen um losgemacht zu werden doch das feuer muss stärker gewesen sein als er gedacht hatte urealos leiche wird noch am selben tag an die gerichtsmedizin in halle übergeben man findet keine hinweise die auf eine gewalt anwendung vor dem brandausbruch hindeuten der schädelknochen ist intakt vor einem gericht in dessau wird diese version der ereignisse 2007 breit und ausführlich erzählt in dem prozess sollen die geschehnisse jenes morgens aufgeklärt werden fast alle zeugen sind staatsbeamte die meisten polizisten es gibt 59 prozess tage die sich über anderthalb jahre hinziehen auf der anklagebank sitzen andreas s und hans ulrich m andreas s weil er den brandalarm weggedrückt hat hans ulrich m weil er ein feuerzeug bei yallo übersehen haben soll beide werden freigesprochen what the fuck ja und wer und wer darf guck mal das ist doch effektiv alle gegen ein oder bin ich dumm wer sollte denn jetzt den in gewahrsam ich kann den namen nicht aussprechen deswegen wer sollte den denn jetzt verteidigen wenn wir mal ehrlich sind der kann doch gar er kann doch gar nichts dagegen also natürlich ist nicht mehr im leben so aber es kann doch effektiv nichts passieren dagegen oder bin ich dumm der prozess wirft unzählige fragen auf etliche zeugen haben gemauert oder sich widersprochen erinnerungen waren lückenhaft und beweismittel sind verschwunden von anfang an wirkt es so als würden beteiligte versuchen sich gegenseitig zu schützen und etwas ungeheuerliches vertuschen sogar der richter manfred steinhoff der die angeklagten freispricht ist schockiert das was hier geboten wurde war kein rechtsstaat und polizeibeamte die in einem besonderen maße dem rechtsstaat verpflichtet waren haben eine aufklärung verunmöglicht all diese beamten die uns hier belogen haben sind einzelne beamte die als polizisten in diesem land nichts zu suchen haben es gibt einen revisionsprozess von januar 2011 bis dezember 2012 am landgericht magdeburg in diesem wird der dienstgruppenleiter andreas s wegen fahrlässiger tötung verurteilt er muss knapp 11.000 euro geldstrafe zahlen die empörung in dessau und ganz deutschland ist riesig aktivisten 11.000 euro kannst du dir so weit in deinen aden aus schieben man kann das doch nicht mit 11.000 euro einfach hinnehmen und sagen hier ja ok wir verklagen sie wegen versuchten mordes beziehungsweise hier wegen einer tötung ja 11.000 euro und ja die sache ist gut beten sie abends noch dreimal und gut ist dicker das ist so also das ist so gottlos journalisten und juristen werden auf den fall aufmerksam die initiative in gedenken an uri jallo gibt es schon seit 2005 sie erfährt zunehmend unterstützung die initiative führt einen unerbittlichen kampf um aufklärung der bis heute andauert es gibt tausende seiten ermittlungsakten gerichtsschreiben gutachten parlamentarische sonderberichte brandexperimente forensische untersuchungen und geliebte schreiben der justiz gerichtsmediziner brandexperten chemiker radiologen toxikologen und kriminologen haben sich mit dem fall beschäftigt die neuen erkenntnisse widersprechen der version der polizei grundschuld in so gut wie jedem teil ihrer geschichte gibt es ungereimtheiten fehlverhalten und offene fragen schauen wir erneut auf den morgen des 7. januar 2005 verstehe ich alles ich verstehe alles was gerade im video passiert ist aber eine sache eine nicht wer sagt denn jetzt diese andere version es war doch effektiv keiner da außer jallo selber und er ist halt nicht mehr existent wer von wem kommt diese andere version laut den frauen der stadtreinigung ist uri jallo ihnen hinterher gelaufen und hat nach einem handy gefragt einer frau hat er dabei am rucksack gezogen sie sagen am telefon mit beate h sie würden zitat belästigt als beate h die beiden streifen polizisten telefonisch informiert malt sie die geschichte aus sie spricht von massiv belästigt und behauptet ja okay ich verstehe die zeugen so die die theoretisch zwischen hingen die nicht polizeibeamte waren die haben bisschen eine andere story okay ich verstehe frauen anzutatschen aus dieser nachricht er läuft uns die ganze zeit hinterher ist dann bei der polizistin die den anruf entgegengenommen hat eine nachricht an zwei polizeibeamte geworden da hat man fast so ein sexualdelikt vermutet gabriele heinecke vertritt uri jallos familie sie begleitet den fall seit über zehn jahren die polizisten treffen ein uri jallo steht bereits einige meter von den frauen entfernt und lehnt an einer hauswand völlig betrunken der konflikt ist bereits beendet hans ulrich m und udo s kommen an gehen auf ihn zu passport amigo sagen sie uri jallo weigert sich man hat ihn zu boden gebracht man hat ihn dann in den streifenwagen gesetzt mit gewalt die polizisten sind beide groß gewachsen uri jallo ist schlank und nur ein meter 71 groß er ist chancenlos juristen sagen später die polizisten hätten begründen müssen warum sie seinen ausweis sehen wollen auch dürfen sie gegen niemanden gewalt anwenden ohne es vorher anzukündigen achtung ich werde sie jetzt gewaltsam in mein auto befördern zack auf den boden und rein das war eine rechtswidrige freiheitsentziehung im arztraum soll uri jallo seinen kopf gegen die tischplatte und die wand schlagen später wird eine blutspur gefunden sie soll von uri jallo sein allerdings wurde sie nie auf seine dna getestet außerdem befindet sie sich am tischbein angeblich konnte man seine identität nicht feststellen weil das geburtsjahr auf dem pass nicht zu erkennen war aber bereits zu diesem zeitpunkt wurden im gewahrsams buch jallos vollständige personalien eingetragen inklusive geburtsjahr aha aha sass das klingt sehr sassy und damit haben sie sich ja irgendwo auch selber exposed oder seine identität war längst geklärt zur selben zeit ruft dienst gruppenleiter andreas s den bereitschaftsarzt dr b an das gespräch ist in gerechtsakten protokolliert wir bräuchten dich mal was hast du denn na eine blutabnahme na dann mach ich das ja piekste mal den schwarzafrikaner ach du scheiße da finde ich mal keine wehen bei den dunkelhäutigen na dann bring doch eine spezialkanüle mit mach ich der alter vater gott der ich finde ich bin sowas so gottlos auf allen ebene also ich ich weiß nicht mal was ich dazu sagen soll außer dass mich sowas einfach absolut sauer macht der betriebsarzt dr b nimmt jalo blut ab udo s und hans ulrich m betonen wie aggressiv uri jalo gewesen sei er habe sich massiv gewehrt weshalb sie ihn während der blutabnahme fixieren mussten drei andere polizisten die teilweise anwesend waren widersprechen dieser darstellung es gab laut ihnen keine besonderheiten oder probleme auch dr b bestätigt im ersten prozess die blutabnahme sei reibungslos verlaufen im revisionsprozess verweigert er die aussage jemanden zu fesseln mit zwei menschen festzuhalten und ihm gegen seinen willen blut abzunehmen ist ein schwerer eingriff in die grundrechte das ohne einen richterlichen schluss durchzuführen ist rechtswidrig uri jalo hätte längst wieder freigelassen werden müssen doch drei polizisten bringen ihn vom arztraum in zelle nummer fünf und ketten seine hände und füße an das bett junge 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 die das aus dieser anderen sicht zu hören ist einfach schrecklich ist einfach schrecklich ist alter die angehörigen von ihm ich glaube die können effektiv nicht mehr schlafen seite ist schlimm ist einfach so schlimm beate h hört über die gegensprechanlage ein klappern geht von einer zellenkontrolle aus doch für 11.30 Uhr wird im gewahrsamsbuch keine zellkontrolle eingetragen gleichzeitig geht der polizeibeamte torsten b in den gewahrsamstrakt er sucht kollegen mit denen er mittagessen kann in zelle nummer fünf sieht er udo s der am kopfende steht und hans-ulrich m der uri jalo an seinen oberschenkeln abtastet er fragt ob sie auch mittag machen wollen sie antworten dass sie noch beschäftigt sein udo s und hans-ulrich m bestreiten das sie wären zu dieser zeit auf streife gewesen das wird normalerweise in einem fahrten buch vermerkt dass wir schraten unterstands nicht drin sehr sass das fahrten buch von diesem tag ist nicht mehr auffindbar ah ja junge sag doch einfach dass du es warst eff no front ich will mich auf gar keine seite stellen aber auf der seite wo als erstes gefühlt auf einmal beweise verschwinden hm sehr komisch beate h und ihr kollege sch vom verkehrsdienst machen eine zellkontrolle uri jalo fragt warum er angekettet ist beate h sagt er würde schon wissen warum sie erinnert sich dass seine hose geöffnet und etwas heruntergezogen war dabei waren seine hände so angekettet dass er das nicht hätte selber tun können ihr fällt auch eine flüssigkeitslache neben seiner matratze auf es ist kein urin trotz der auffälligkeiten gehen sie wieder das wird spirituose oder so sein in der version der polizei muss uri jalo zu diesem zeitpunkt angefangen haben die matratze aufzureißen und dann anzuzünden dieses polizei video soll zeigen dass das zumindest möglich war doch war das überhaupt möglich kann jemand mit einem einfachen feuerzeug und etwas matratzenschaum einen so enormen brand auslösen das hier ist ein brandexperiment des irischen brandexperten maxim smirnou durchgeführt im auftrag der initiative in gedenken an uri jalo er hat die bedingungen in zelle nummer fünf nachgestellt nach über einer stunde brenndauer sieht die zelle so aus zum vergleich in zelle nummer fünf sah es nach dem brand so aus ja das kannst du keinem erzählen dass das da muss brandbeschleuniger mit drin gewesen sein und sobald brandbeschleuniger hatte der wahrscheinlich wahrscheinlich kommen sie dann ja den alkohol hat er hochgewirkt und sich voll gespuckt mit alkohol damit es besser brennt oder mhm schweine kadaver kommen dem menschlichen körper bezüglich des brennverhaltens sehr nahe es gibt lediglich leichte verbrennungen am bein jalo hingegen war bis in tiefe hautschichten verkohlt die bilder ersparen wir euch im experiment gab es weißen rauch in zelle nummer fünf hingegen dicken schwarzen rauch mit starken ruß ablagerungen wie hätte der brand also tatsächlich so stark werden können bei einem anderen versuch wird eine schweine kadaver attrappe mit fünf litern benzin übergossen und angezündet das entstandene brandbild kommt dem aus zelle nummer fünf am nächsten anhand des brandbildes haben wir gesehen dass es ein sehr 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 starkes feuer sein musste und das konnte eben nur durch den brandgutachter mit einer junge 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 ich verstehe es nicht es stehen so viele punkte gegen die polizei aber man denkt die wurden trotzdem einfach für für nicht schuldig gesprochen what the fuck was passiert mit der also du kannst doch nicht so weiß ich ich bin einfach sprachlos also auf so vielen ebenen mit einem starken kann sich weniger erreicht werden das ist nadine saeed von der initiative in gedenken an uri jalo sie hat die brandgutachten begleitet beate h sagt dass uri jalo letzte worte mach mich los feuer waren doch das ist mehr als zweifelhaft während der obduktion wurde in uri jalo körper kein kohlenmonoxid gefunden das hätte er aber einatmen müssen wenn er am lebendigen leib verbrannt wäre auch wurde kein noradrenalin nachgewiesen ein hormon das in körperlichen stress situationen unwillkürlich ausgeschüttet wird beides deutet darauf hin dass uri jalo zum zeitpunkt des verbrennens bereits bewusstlos war aber warum hätte uri jalo schon vorher bewusstlos sein sollen die erste obduktion der gerechtsmedizin in halle konnte keine verletzungen nachweisen im jahr 2019 wird uri jalos leichnam ein letztes mal untersucht an der uniklinik frankfurt wird mit hilfe neuster technologie ein mrt bild angefertigt das zeigt uri jalo hat vor seinem tod mehrere schwere brüche erlitten sein nasenbein und sein schädeldach waren gebrochen außerdem die nasenscheidewand und eine rippe all das legt nahe dass uri jalo vor seinem tod körperlich schwer misshandelt wurde das erste mal seit ausbruch des brandes ein recherche team von forensic architecture hat die rauchspuren der zelle umfangreich nachgebildet und untersucht nach ihren untersuchungen muss die zellentür beim brand offen gestanden haben andreas s aussage kann demnach nicht stimmen junge aber wollen wir mal kurz drüber reden wie die einfach zerpflückt werden von allen seiten und es einfach trotzdem nichts bringt junge da kommen aus allen möglichen seiten kommen die leute und nehmen die so auseinander bilden irgendwelche sachen nach und dann werden die freigesprochen krank nach dem brand untersucht die spurensicherung die zelle nummer fünf obwohl nachher behauptet wird dass uri jalo sich mit einem feuerzeug angezündet haben soll wird im brandschutt kein feuerzeug gefunden es taucht erst drei tage später auf als eine tüte mit brandschutt erneut untersucht werden soll niemand weiß wie es dahin gekommen ist es war geschmolzen laut experten hätte es bei einem brand aber explodieren müssen bei einer wissenschaftlichen untersuchung findet man rote faserbüschel die im feuerzeug eingeschmolzen sind diese büschel müssten vom tatort stammen tun sie aber nicht und man hat festgestellt vor allem diese büschel müssten ja effektiv verbrannt sein wenn wir mal ehrlich sind bei den hitzen die da wohl entstanden sind es passte zu nichts absolut nichts aus der zelle weder zur hose noch zur t-shirt noch zur matratze man findet stattdessen ausschließlich spuren die nicht aus zelle nummer fünf stammen können polyesterfasern hundehaare und fremde dna das ist für mich der schlagende beweis dieses feuerzeug waren in der zelle ob das feuerzeug in der zelle war oder nicht hätte man eigentlich einfach klären können denn die zweistündige spurensicherung hätte per video dokumentiert werden sollen dafür war der videograf jens weh zuständig ein polizeibeamter aus stendal doch die videoaufnahme bricht nach nur vier minuten einfach ab jens weh erklärt später es habe einen stromausfall gegeben andere zeugen können das nicht bestätigen außerdem hatte die kameras haben akkus du vollwurm das video bricht in dem moment ab wo eigentlich die tatortarbeit beginnen soll tatsächlich haben wir eine situation wo die tatortarbeit nicht dokumentiert worden ist in der form wie man es braucht noch am selben tag kurz nach der aufnahme lässt sich jens weh für zwei monate krank schreiben angeblich wegen einer allergie in den tagen danach verschwinden unter ungeklärten umständen zahlreiche beweismittel dateien mit einträgen zu jalo werden von polizeikomputern gelöscht auch die sicherheitskopien der dateien ein verzeichnis mit den namen aller 70 personen die an jenem morgen im revier waren verschwindet spurlos fotos die durch beamte des reviers an dem tag aufgenommen wurden sind nicht mehr vorhanden bilder der überwachungskameras im flur einfach weg eine rechtswidrige festnahme und blutabnahme eine nicht untersuchte blutspur der vorwand seine identität feststellen zu müssen obwohl sie längst festgestellt ist ein aggressives verhalten das niemand anders bestätigen konnte polizisten die nicht vor ort gewesen sein wollen aber gesehen wurden eine ungeklärte flüssigkeit auf dem boden eine heruntergelassene hose ein tatwerkzeug das nicht am tatort war eine brandentwicklung die nur mit mehreren litern brandbeschleuniger nachgeahmt werden konnte mehrere knochenbrüche die auf eine heftige körperliche misshandlung hinweisen eine tür die angeblich zu war aber während des brandes offen gestanden haben muss ein plötzlich abbrechendes video der spurensicherung und eine unglaubliche serie an vermeintlichen fehlern und spurlos verschwundenen beweisen so gut wie alle experten die den fall untersucht haben sind sich einig Uri Jalloh kann sich nicht selbst angezündet haben es muss jemand anderes gewesen sein nehmen wir mal an jemand anderes hätte Uri Jalloh tatsächlich angezündet wer und warum heilige scheiße warum habe ich Gänsehaut was ist was ist hier passiert alter ich habe komplett Gänsehaut alter wie krank und Teil 2 wird dann wow ey ich bin bin komplett schockt komplett schockt Teil 2 werden wir dann sehen was hier da kommt Detektiv Conan alter sehr 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 bemerkenswertes Video sehr sehr krass war keine Reaction wo ich extrem viel zu sagen konnte sag ich euch ehrlich trotzdem unfassbar wichtiges Thema checkt gerne das komplette Video bei Simplicissimus auch ab supportet es teilt es es ist so krank sowas darf nicht passieren das ist komplett komplett nicht gerechtfertigt das ist es das ist ein das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.